Der Adventskalender wird volljährig, wir öffnen das 18. Türchen. Der mathematische Muntermacher, ein Podcast der Speed Learning School, von und mit Michael Junger. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen mathematischen Muntermacher. Mein Name ist Michael und von mir erfahrt ihr jetzt, worum es heute geht. Ich lese euch immer eine Uhrzeit vor und ihr sollt sagen, auf welcher Zahl der große Zeiger bei dieser Uhrzeit steht. Wenn ich zum Beispiel sage, Viertel nach 8, dann heißt die richtige Lösung 3. Denn bei Viertel nach 8 steht der große Zeiger der Uhr auf der 3. Habt ihr das verstanden? Ihr sollt also immer angeben, auf welcher Zahl der große Zeiger bei der angegebenen Uhrzeit steht. Kann ich jetzt anfangen? Gut, dann starte ich. Aufgabe 1 Die richtige Lösung heißt 2. Aufgabe 2 Hier heißt die richtige Lösung 7. Aufgabe 3 16.20 Richtig. Die richtige Lösung heißt hier 4. Die vorletzte Aufgabe 4. 5 Minuten nach 5 Uhr. Hier heißt die Lösung 1. Und jetzt wieder die letzte Aufgabe. Aufgabe 5. 20 vor 9. Die richtige Lösung heißt in diesem Fall 8. So ihr Lieben, das war es schon wieder für dieses Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Muntermacher auch wieder dabei seid. Und sage bis dahin wie immer Tschüss. Das war ein mathematischer Muntermacher von Michael Junger. Dieser Podcast wird präsentiert von der Speed Learning School. Und wenn du noch mehr solches Material zur persönlichen Leistungssteigerung möchtest, dann gehe auf die Seite speedlearningschool.de und werde Speed Learner. Das war eine neue Folge der Podcast Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner. Bis zum nächsten Mal.